Ganz ruhig, schön brav sein. Ja, schön brav, ihr Lieben. Ganz ruhig. Mir scheint, wir haben einen ungebetenen Gast. Los, fesselt sie, Männer! Schönen Abend noch! Ich muss einen klaren Kopf behalten, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich hier jemals wieder herauskommen soll. Als erstes werde ich versuchen, die Fesse loszuwerden. So!